Hallo zusammen, nächster Trailer am Start, ja nächstes Impfopfer, Impfverplan, Höhlenkompetenz und der sympathische David Brecht. Natürlich noch einiges mehr zu schauen bei VK, bei Bichu, die sich den Trailer bei Veknus TV aufrufen. Entsprechenden Link kopieren, in die Browserzeile einfügen, ab damit. Ja, und dann sollten wir uns doch gleich wieder sehen und hören. Tschüss!